Hallo und willkommen zu diesem zweiten Teil des Lernkurses zu PowerDirector 19. Mein Name ist Ernst Stede und während wir uns im ersten Teil ja mehr den Grundlagen gewidmet haben, haben wir jetzt im zweiten Teil mehr Zeit dafür, zum Beispiel die ganzen mitgelieferten Plug-ins zu besprechen. Das beginnt mit dem Multicam-Designer. Über den Themendesigner besonders wichtig das Action Camera Center, dann haben wir die Express-Projekte, den Maldesigner, den Videocollagen-Designer und so weiter. Alle diese Dinge werden wir in diesem Kurs besprechen und wir gehen natürlich vor allen Dingen auch auf die Dinge ein, die neu sind. Und seit eine Vielzahl der Benutzer auf die 365er Version umgestiegen ist, ist das gar nicht mehr so einfach zu definieren, was denn eigentlich neu ist, denn wir kriegen ja neue Funktionen im Laufe des Jahres immer schon so peu a peu mit hineingespült mit den Updates, während die Benutzer der Ultimate und Ultra-Lizenzen natürlich dann immer alles auf einen Schlag bekommen. Und unter den ganzen Neuerungen, da fallen natürlich Sachen wie der Ad-Designer, das neue Plug-in für PowerDirector Business. Und natürlich ganz besonders wichtig die Anbindung an das Shutterstock-Archiv. Hier haben wir jetzt die direkte Möglichkeit aus dem Shutterstock-Archiv ausgewählten Content herunterzuladen, also sowohl Videoclips wie Fotos und auch wie Musik. Und das können wir dann direkt in unseren Projekten weiterverwenden. Das ist ein Riesenschritt nach vorne, denn wir alle benötigen ja immer wieder frisches Material oder das passende Material für eine bestimmte Szene. Und bei Shutterstock, da werden sie fündig, auf jeden Fall. Und auch ohne Shutterstock hat Cyberlink ja eine Menge an Content zur Verfügung gestellt. Das geht über Hintergrundmusik, über Soundeffekte, über Videoclips, über Themenpakete und so weiter. Da existiert mittlerweile eine riesige Menge an Material. Und eben die Benutzer der 365er Version, die kommen natürlich regelmäßig in den Genuss dieser einzelnen Zusatzpakete. Die stehen immer als Download bereit. Und ja, das ist eben ganz wichtig, dass wir immer frischen Content haben. Dann gibt es lauter Kleinigkeiten, die aber eine enorme Hilfe darstellen, wie die Möglichkeit Ankerpunkte zu versetzen. Es gibt neue Möglichkeiten bei den Keyframes. Das werden wir uns ganz genau anschauen, weil das eben sehr wichtig ist. Und auch bei den Masken hat sich etwas getan. Generell sind ja die Masken sowieso ein großes, weitgefächertes Thema. Und auch hier gibt es Neuerungen, die wir unbedingt besprechen müssen. Und Sie merken schon, es gibt wirklich eine Vielzahl von Themen. Und bei dem einen oder anderen Projekt, da war tatsächlich nicht das Ergebnis wichtig, sondern der Weg dorthin. Denn ich will Ihnen natürlich auch immer wieder zeigen, auf welche Hürden man dann bei der Konstruktion dann trifft und wie man diese Probleme entweder vermeiden oder zumindest umgehen kann. Und genau darum gibt es ja in unseren Kursen auch keine besondere Sektion für Tipps und Tricks, sondern alle diese Dinge, die zeigen wir Ihnen ja quasi währenddessen immer mal so nebenbei. Ja, und dann wollen wir uns auch jetzt nicht länger mit Vorreden aufhalten, sondern wir wollen gleich eintauchen in den Kurs. Und ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.